Samuel Friedrich Hassel war ein deutscher Sänger, Volksschauspieler und Komiker. Leben Hassel debütierte bereits mit 16 Jahren am Frankfurter Theater. 1816 sang er den Rodrigo in Peter von Winters Opa Maria von Montalban seine erste Solopartie. 1818 wurde er als zweiter Bassist nach Mainz berufen, kehrte aber trotz großer Erfolge bereits 1821 nach Frankfurt zurück. Von da ab trat er durch 45 Jahre hindurch bis zu seiner Abschiedsvorstellung am 26. März 1866 nur noch am Frankfurter Theater auf. Hassel war ein überaus populärer Sänger und Schauspieler. Er spielte in fast jedem Frankfurter Lokalstück, das zwischen 1820 und 1866 Uhr aufgeführt wurde, eine Hauptrolle. Über 40 Jahre lang gab er den Bürgerkapitän im gleichnamigen Lustspiel von Karl Malz. Über 30 Jahre lang den Hampelmann in Malz, Landparty nach Königstein. Seine freiwillige Beschränkung auf das Frankfurter Theater und das lokale Genre verhinderten zweifellos eine überregionale Anerkennung. Doch gehört er wegen seiner Vielseitigkeit zu den großen Bühnenkünstlern seiner Zeit. Am 31. Oktober 1875 trat er nochmals in einer Wohltätigkeitsveranstaltung auf. Hassel starb am 3. Februar 1876 und wurde auf dem Frankfurter Hauptfriedhof begraben.